Wenn du heutzutage für den Frieden bist, musst du ne Schutzweste tragen Denn man zielt auf dich und schießt auf dich Du musst dich mehr erklären und rechtfertigen als Herrscher bei einem Krieg Sein Tritt, das gibt es nicht Ich wass nicht, was hier geschieht, wenn du die NATO nicht liebst Und wiff das Rammstein, du schließt, kommen Angriffe wie Du Antisemit, unfassbarer Freak, du Spinner, weh, du sagst nochmal Peace Doch wenn du ein Land überfliehst und dann überziehst Mit Wombenhageln, mit Gratern, wie vorne machst, Theorit Aus einer Arbeitsplatz erschaffenden Waffenfabrik Bist du begatscht, als Darkgast in Massentivis Sie schüren Angst und Hass, sie müssen Feindbilder schmieden Doch wir sehen die Menschheit als seine Familie Statt Scheine verdienen, durch Leid produzieren Lieber Pleite in Frieden als Reich durch die Kriege Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg Sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung Bis die Waffenindustrie, die Profit aus dem Krieg zieht Schließt, wir sind die Friedensbewegung Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie Wir sind die Friedensbewegung Ihr wollt nen Satz zu zitieren Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung Doch man will man spalten und teilen Verdrehen gegen Satz in nem Kreis, erschaffen nen Keil Denn eine große Friedensbewegung, die darf ja nicht sein Sonst brechen Aktien in allen Wegen Gewaltlosigkeit Den Krieg hat ne große Interessensgemeinschaft Die die Geschäfte erweitern in ihrem weltweiten Fight Club Und sagst du friedlich nur im unbedachtes Wort Wirst du härter verurteilt, dass für hundertfachen Mord Am öffentlichen Pranger, mediale Kugeln Weil sie es immer mit den gleichen Schemata versuchen Darum gibt's will ich Künstler, die dafür stehen, was zu tun Weil starke Messages nicht für CD-Verkäufe gut sind Ist mir egal, ich gehe frei, will ich vor Denn ich hab Rückgrat, vielleicht kommt es so gleich ziemlich vor Doch ich bleib killes Moor Radikal für Fried, gepanzert mit der Liebe Und sich lachen, die verbiegen Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg Sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung Bis die Waffenindustrie, die Profit aus dem Krieg zieht Schließt, wir sind die Friedensbewegung Und wenn man auf ihn schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie Wir sind die Friedensbewegung Ihr wollt den Satz umzitieren Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung Warum ein Peace sendet für ein Kriegsender? Von mir aus könnt ihr mich naiv nennen Doch wenn man mit Lügen den Krieg ganz zettelt Dann kann man auch durch die Wahrheit einen Krieg beenden Und wenn sie sagen, das funktioniert doch nicht Mach ich's trotzdem, weil es keine Alternative gibt Und von mir aus könnt ihr sagen, ich bin Doch stell dir vor, es ist Frieden Und alle gehen hin, komm mit Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg Sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung Bis die Waffenindustrie, die Profit aus dem Krieg zieht Schließt, wir sind die Friedensbewegung Und wenn man auf ihn schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie Wir sind die Friedensbewegung Ihr wollt den Satz umzitieren Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung Frieden Freireich Demokratie Frieden Freireich Demokratie Frieden Freireich Demokratie 3, 2, 3, 4, 3, 5! Ah, cool! Frieden! 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 Fried Musik auf Team Freiheit Trier, könnt ihr schauen, wie viele Menschen jetzt hier in der Straße sind. Ich habe von ganz vorne bis jetzt ganz hinten gefilmt. Das ist sehr gut, auf welchem Kanal ist das da her? Team Freiheit Trier, Facebook, Instagram, YouTube und Telekom. Team Freiheit Trier. Team Freiheit Trier, könnt ihr schauen, wie viele Menschen hier in der Straße sind. Team Freiheit Trier, könnt ihr schauen, wie viele Menschen hier in der Straße sind. Facebook, YouTube, Instagram und Telekom. Alles. Alles Gängige. Genau deswegen mache ich das hier. Ich verkleide es meiner Arbe, W, aber egal. Ich zeige Ihnen, wie es wirklich aussieht. Schaut auf Team Freiheit Trier vorbei. Facebook, Instagram, YouTube. Da seht ihr, wie viele Menschen hier in der Straße sind. Boah, es sind immer noch schaue viele, die da hinten kommen. Schaut auf Team Freiheit Trier vorbei. Auf YouTube, Facebook, Instagram, Telekom. Da könnt ihr sehen, wie viele Menschen hier in der Straße sind. Ich habe von ganz vorne angefangen zu filmen. Die öffentlichen Medien zeigen das ja nicht. Schaut auf Team Freiheit Trier vorbei. Da könnt ihr sehen, wie viele Menschen hier auf der Straße sind. Auf die Straße gehen. Die Pandemie endet erst, wenn wir alle auf die Straße gehen. Ja, da kommt Planeta Mareta. Ja. 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 Hast du den ganzen Kasten von uns? Ja. 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 Den Nitzschlag, Matthias. Ah, Niko, da und dabei? Die Leute haben sich nebenbei abgedrängt, vor der Polizei abgefahren und kamen nicht nur durch. Okay, also ich habe jetzt den Zug hier von ganz vorne gefilmt. Was denkste? Boah, keine Ahnung, ey. Ich will später nochmal anschauen. Der Polizist ist vorhin an mir vorbeigelaufen. Der eine Polizist hat zum anderen Polizist gesagt, Schluss mit Merkel, Schluss mit Schmarrn! Schluss mit dem Corona-Wahn! Schluss mit Merkel, Schluss mit Frank! Schluss mit dem Corona-Wahn! Ja, die Sieben gerade haben aufgegeben. Schluss mit Merkel, Schluss mit Frank! Schluss mit dem Corona-Wahn! Ist jemand aus Rheinland-Zeit? Okay, ich bin äußerst zugebrochen. Ja. Ja. Auf die Hände sind es voll, sonst hätte ich das eine oder zwei Kaltwürste. Es ist so ein Internet hier noch. Ah, alles. Zug rollt. Mensch, wo? In Berlin habe ich da etwas länger. In Brüssel ging gar nicht. Ich konnte es fast gehen, wenn man eine Rotte macht. Noch frei ein! Ich konnte es fast gehen. 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 Was hast du denn von der Facebook-Leise? Auf unserer Facebook-Leise. Hallo, du hast immer Facebook-Leise zu machen. Ich bin dann auch wieder da. Ich bin da. Ich bin da. Alles klar, oder? Ja. Geil. Ja, mit der GoPro film ich halt. Also, die hat die größeren Winkel. Und das ist mal von der Köln-HT auf die Hände. Ja. Es gibt auch die Hände. Ja, das war ein Wahnsinn. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Aktivist. Man braucht wieder. Ja. 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 Ich war immer so zwischendrin. Hab ich noch mal angehalten. Und so weiter. Ja. 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 Ja, ich mach noch ein bisschen. Versuch's durchzuziehen. Ich hab jetzt so lange den Zug geföhnt von ganz vorne. Dann lauf ich halt noch mal hinterher. Ich hab's auch drauf. Hey! Hey! Ja. Ich würde gerne mal ein Mal mit dir aussehen. Könntest du eigentlich ausgesprochen? Ja. 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 Ja, ich kann das sehen. Na ja. Jetzt haben wir das eine Antwort. Fragen wir mal um Musik 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 Das ist wahrscheinlich wiederum geärgert über die Ausnahme. Vielleicht wird er ja ganz einfach ein bisschen bezahlen. Dann rennen wir gleich wieder. Ja, da hinten fahren wir schon in eine andere Richtung. Ja, die fahren garantiert weiter vorne hin. Das ist ein bisschen Spaß. Ja, das ist ein bisschen Spaß. Ja, das ist ein bisschen Spaß. Ja, das ist ein bisschen Spaß. Der sich gesehen hat, können wir später den Stream anschauen oder halt sehen. Mitte der Woche. Weiter geht! Weiter geht! Es hat noch mal viel bessere Qualität. Weiter geht! Ja, weiter geht! Einfach nur, dass sie weiter geht. Wir flühen jetzt mit den Pfannen, ne? Das ist ein Pfannen. Aber egal, wenn es mit der GoPro gleichzeitig eine hohe Qualität filmen und live sein könnte, dann möchte ich nur eines zu halten. Aber deine Qualität ist super. Ja, so ein kleines Ding hier ist sie schon... Das ist ja ein beschlossener Scheiß, wie gut das ist. Ja, und auf YouTube ist die Qualität ja noch runter gesetzt. Wenn man ja ein Original davon sieht. Das ist so wild und das ist Wahnsinn. Wenn man mal reduziert wird.